und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus in der letzten abstimmung hat das lotz mini corner set mit das set nummer 1904 592 steine das badezimmer hauch dünn gegen den himmelblauen trabi von kobe verloren aber weil ihr dieses set auf jeden fall auch sehen wollte das hat man ja gemerkt alleine daran wie knapp die abstimmung war habe ich mir gedacht kommt das set doch direkt als nächstes video und deshalb sehen wir uns heute eben mit diesem badezimmer set von lotz das ich ja schon super super putzig fand und deshalb einfach bestellen musste ich finde die verpackung ist einfach super gestaltet da habe ich nichts dran zu verbessern super einfach keine frage nicht viel schnickschnack aber das gefällt mir sieht einfach gut aus wenn wir dann oben schauen gibt es dort ja überhaupt gar nichts zu sehen auf der seite auch nicht viel aber zumindest die figur schön mit ihrem handtuch in der hand und auf der anderen seite gibt es scheinbar sehr viel spiel spaß mit wasserpistolen auf der rückseite haben wir noch die anderen sets und zwar das schlafzimmer das wohnzimmer und auch die küche wenn euch von diesen sets auch noch ein set interessiert und ihr wollt dazu eine review dann schreibt das doch gern in die kommentare viel mehr gibt es auf der verpackung aber gar nicht zu sehen deshalb machen wir das ganze jetzt auf und schauen uns zusammen die steine tüten und die anleitung an und hier haben wir auch schon die steine tüten liegen das wird erstmal wieder eine ordentliche umstellung um sich an die steine größe zu gewöhnen aber ich denke das bekommen wir doch auf jeden fall hin neben diesen gibt es noch einen sticker bogen da bin ich natürlich jetzt nicht der größte fan davon kann aber in diesem preissegment und grösensegment auf jeden fall damit leben dass es dicker sind über die steine qualität reden wir natürlich dann wie immer während des baus bei lots mache ich mir da aber nicht die größten sorgen und wo wir uns auch keine sorgen mehr machen müssen ist im nächsten krisenfall denn wir kommen der totalen verdunklung des fensters durch anleitungen wieder ein ganzes stück näher wir haben nämlich hier wieder eine auffaltanleitung und die ist ja sagen es mal so nicht gerade klein geraten und da muss ich sagen hätte für mich auf jeden fall eine klammer gebundene oder geklebte anleitung reingehört aber sei es drum wir müssen mit dem arbeiten was wir hier drin haben hier wurde aber mächtig geld gespart wir haben oben auf jeden fall eine teilliste das finde ich schon mal sehr schön hier könnt ihr euch das video wie immer gern anhalten wenn ihr euch das noch näher anschauen wollt sonst wird in dieser anleitung ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird mit vollfarbe dargestellt die sticker werden während des baus verklebt da bin ich auf jeden fall ein größerer fan von als wenn es alles am ende gemacht werden soll und insgesamt haben wir 35 bauschritte bis dieses gesamte badezimmer fertig gebaut ist und da die anleitung jetzt nicht das ansehnlichste in diesem set ist würde ich sagen fange ich doch ganz schnell an zu bauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und wir sehen uns das erste mal nach dem achten bauschritt da seht ihr schon es geht hier gut voran hier wird in dem ein oder anderen bauschritt vor allem in dem ersten wo wir das gesamte unten fließen echt einiges an teilen verbaut ich würde jetzt mal behaupten mehr als in 30 dänischen bauschritten aber egal hier geht es ja um lotz das macht bisher schon wirklich sehr sehr viel spaß und ich bin auch schneller in dieses suchmuster von lotz um die teile schnell zu finden reingekommen als ich gedacht hätte denn ich weiß gerade bei den ersten malen mit diesen kleinen steinen habe ich dann ewig nach teilen gesucht das habe ich aber jetzt bei diesem set nicht mehr ich finde auch das was wir bisher gebaut haben sieht schon wirklich gut aus wir haben hier schöne details ich finde die toilette ist mega gelungen wirklich auch noch mit einem spülkasten und mit einem wc sitz also wirklich richtig cool ich finde den pinken hocker einfach niedlich diese kleine schale dort die wasserpistole die dort liegt auf dem schrank und das schöne ist wenn wir diesen schrank öffnen haben wir in den fächern auch noch so kleine details wie diese seife zum beispiel aber macht euch da keine illusion das ist ein sticker das ist kein print genauso wie bei dem hocker auch das ist ein sticker und auch bei dem anderen fach haben wir noch ein kleines süßes detail drin die quietsche ente der eimer einfach alles sieht bisher stimmig und wirklich knuffig aus genau für dieses gefühl habe ich mir dieses set gekauft und das bringt es sehr gut bis hierhin rüber ich hoffe das bleibt auch so und wir sehen uns nach den nächsten wichtigen bauschritten wieder nach dem zwanzigsten bauschritt sehen wir uns das nächste mal wieder und eine von zwei wänden steht schon es geht also mit schnellen schritten auf das ende zu ich kann euch schon mal sagen wenn wir über den ist das süß faktor sprechen dann ist das ding wahrscheinlich schon jetzt eine kaufempfehlung aber alles perfekt ist eben auch nicht und genau deshalb reden wir ja in diesem video darüber ich finde die gebaute ente die dort neben der toilette platz gefunden hat super super cool dann haben wir hier so eine art kleiderbügel an dem wir dann einen oberkörper und beine aufgehängt haben soll natürlich eine jacke und eben eine hose darstellen wir haben diese schwimmflossen aufgehängt oben noch so eine art abzug schacht diese deko mit den trends teilen und noch eine kleine vase also das ist richtig richtig vollgepackt und allein hier oben die man könnte es teileverschwendungen aber eben diese deko die wir damit noch schaffen hier ist sehr sehr viel liebe in diese wand rein geflossen jetzt könnte man natürlich sagen dann ist doch alles perfekt aber leider ist doch nicht alles perfekt denn ich finde die wand wäre so doch schon schön ausgestaltet und ich hätte die sticker diese zwei hier unten nicht gebraucht und habt richtig gehört da sind zwei sticker und wenn ich das jetzt mal umdrehe seht ihr über wie viele steine diese zwei sticker alleine geklebt sind meiner Meinung nach kann man die sticker auf jeden fall weglassen weil hier schon bautechnisch sehr viel deko sein platz gefunden hat aber wenn man schon sticker und ein set rein bringt dann finde ich sollte man sie nicht so rein bringen denn das ist wirklich die unterste schublade vom gebrauch vom stickern und die sind ja wirklich so großflächig geklebt dass ich hier nicht mal mehr lust hätte das irgendwie mit einem skalpell auszuschneiden deshalb wie gesagt mein tipp weglassen also ihr merkt schon ein freund werde ich mit diesen stickern hier nicht mehr und das wird mit diesem riesengroßflächigen sticker der noch drauf ist sicherlich nicht anders werden ich klebe sie auf damit ihr es seht aber für mich ist bisher das set ohne sticker zumindest ohne diese großflächigen die kleinen kann man ja aufkleben auf jeden fall viel viel stärker als wenn man sie aufklebt deshalb überlegt euch einfach gut was ihr auf dem set am ende aufkleben wollt und da steht auch schon das komplette kleine lots badezimmer und hier sind wirklich noch schicke details dazu gekommen ich kann einen was sagen das set ist wirklich sehr kleinteilig und das ist nicht nur auf die steinegröße bezogen wir haben hier sehr viele teile auf kleinen raum verbaut um die details darzustellen ich empfinde das nicht als teile treiberei das muss ich auf jeden fall dazu sagen aber wir haben ja natürlich ein sehr sehr kleines set in dem aber viele teile verbaut wurden und das mag ich bei häusern sehr wenn einfach auch dort viel in der kulisse los ist ich liebe das set für so manche ideen die es hatte das wc finde ich ja richtig gut das habe ich schon gesagt und da haben sie einfach eine fahrzeugtür als toiletten rolle genutzt das ist richtig richtig gut gemacht hinten haben wir noch einen kleinen besen reingebaut wir haben einen spiegel mit einer beleuchtung sogar wir haben ein paar parfümflaschen und auch einen handtuch halter also hier ist wirklich alles dabei die badewanne finde ich richtig richtig knuffig gebaut mit der ente das ist ja generell dieses enten thema in dem gesamten set zu sehen bei der dann das kind drin sitzt und einfach beim baden scheinbar den spaß seines lebens hat wir haben die figur von der mutter und die zwei figuren ergänzen die sämmerie wirklich perfekt also das ist hier wirklich ein kleines wimmelbild bei dem man bei jedem blick noch mal neue details erkennen kann die steinequalität hat mir nicht so gut gefallen ich hatte die von lotz etwas besser in erinnerung ich habe in diesem set einige farbabweichungen das fällt vor allem im hellgelb sehr stark auf und die steine haben sich relativ hart verbauen lassen also wenn ich mir das auf ein größeres lotz vorstelle dann könnte das schwierig werden auf so ein kleines lotz ist das noch alles in ordnung man musste aber schon hin und wieder wirklich sehr sehr stark drücken um das ganze zusammenzubauen konstruktionsmäßig und anleitungsmäßig gibt es hier überhaupt nichts zu meckern viele bausteine pro bauschritt die aber gut gezeigt so dass es hier wirklich spaß macht und nicht zu langweilig wird was ich auch noch an diesem set schön finde ist dass man diese modular zusammenstecken kann wie man möchte wir haben ja an beiden wänden hier pin aufnahmen mit dem wir das dann zusammenstecken können und auch obendrauf können wir bei der umrandung das draufsetzen deshalb haben wir hier die vierteile modified mit den zwei noppen um auf das set auch noch eine andere szenerie mit drauf zu setzen finde ich schon mal eine sehr sehr gute idee das einzige was mich neben der steinequalität noch gestört hat sind die sticker wir haben jetzt groß darüber geredet ich gebe euch einfach nur noch mal diesen schwenk und ihr könnt euch da denke ich selber eure meinung bilden ob ihr solche tapeten über so viele steine gut findet oder nicht im gegensatz zur steinequalität kann man diese ja aber weglassen und ich muss eigentlich gar nicht über dieses set jetzt noch mehr sappeln als ich euch hier schon erzählt habe denn wenn euch dieses set optisch gefällt und ihr dieses wimmelbild cool findet und keine probleme mit den lotsteinen an sich habt dann ist das auf jeden fall eine empfehlung denn wenn wir diese zwei kritikpunkte ausblenden hat das super viel spaß gemacht und man kann hier einfach eine schöne einfach knuffige super süße und was ist auch immer noch dafür bezeichnungen gibt kann man hier eine tolle szenerie bauen und das doch für einen relativ kleinen geldbeutel das ganze dann noch modular gestaltet da kann man also auf jeden fall nichts falsch machen auch einige ersatzteile haben wir noch dabei das finde ich gerade bei den kleinen steinen immer sehr sehr gut weil dort doch schnell mal einer runter fallen kann und geht dann verschütt und wenn man dann hier wirklich eine große auswahl an verschiedenen ersatzsteinen hat kann man das immer noch mal gut kompensieren wenn ihr natürlich dieses set oder ein anderes set aus der reihe selbst besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und lauer darum in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunder wunderschönen tag haut rein euer valleybrick